Herzlich willkommen bei einem astrologischen Video zum Thema Wintersonnenwende 2023. Am 22. Dezember findet die Wintersonnenwende statt. Und das ist ja so der Sieg des Lichtes über die Dunkelheit, so ganz symbolisch ausgedrückt. Das ist auch die Zeit, wo wir dann Weihnachten feiern, mit Heiligabend und so. Das heißt, das Licht kommt zurück in die Welt. Das bedeutet einfach, die Nächte werden wieder kürzer, jetzt zwar langsam, aber dennoch, die Nächte werden kürzer, die Tage werden wieder länger. Und wir haben eben diesen Umschwung, diese Kehrtwende haben wir am 22. Dezember. Und ich schaue mir jetzt einfach mal so dieses Horoskop an, denn es ist natürlich schon ein bedeutender Pole, ein bedeutender Umschwung. Und es war auch für unsere Altvorderen, unsere Vorfahren natürlich auch ein wesentlicher kardinaler Punkt, denn sonst wären da nicht so diese ganzen religiösen Feste herumsortiert, um dieses Datum rum. Und heute in diesem Video zeige ich dir ganz besonders individuell, was du tun kannst in dieser Zeit, was du für Möglichkeiten hast. Was du auch vielleicht, vielleicht hast du Zeit, jetzt die nächsten Tage einfach eine Übung auch zu machen für dich, dass du wieder klarer kommst, dass du in eine Stabilität reinkommst und da wirklich auch Schritte setzen kannst, wie sich so das nächste Jahr schon ein bisschen so heranbahnt, sage ich mal, und wie du das Alte auch ausschleichen kannst. Also wir haben ja jetzt so diesen Abschluss, das heißt, es beginnt ja jetzt dann auch offiziell so quasi der Winter. Aber wir haben auch jetzt so langsam den Abschluss von diesem alten Kalenderjahr natürlich jetzt in dieser Zeit rein und das Neue kommt. Was dann kommt, mache ich eh noch Videos dazu, aber heute geht es mir wirklich individuell darum, was kannst du machen, was ist denn so die Energie dieser Wintersonnenwende. Und wir sehen schon einmal, wir haben ein Trigon zwischen Sonne und Mond und die Sonne steht ja direkt so an dieser Grenze. Das ist klar, dass die genau an der Grenze Steinbock steht, weil, noch einmal, das ist jetzt so das letzte Quartal, das da jetzt beginnt. Also astrologisch beginnt jetzt das letzte Quartal. Also das ist so im großen Gesamten ist das so die Öffentlichkeit, der Quadrant der Bestimmung, kann man auch sagen. Also das ist so der Steinbock und da steht die Sonne halt genauer natürlich an dieser Grenze. Die tritt jetzt quasi vom Schützezeichen in das Steinbockzeichen rein. Und der Mond steht genau an der Grenze zwischen Widder und Stier. Also die wechseln gerade diese Häuser, diese Energien. Also das ist mal so dieses Bild, wie wir es jetzt im Horoskop sehen. Denn das ergibt sich einfach durch die Zeitqualität. Also da würde ich jetzt noch gar nicht so viel drauf, also dass ich sage, das geht jetzt in ein neues Haus, in eine neue Energie rein. Da würde ich jetzt noch nicht so viel da rausinterpretieren. Aber was spannend ist, ist der Saturn. Und der Saturn steht ja in Fische und dieser Saturn macht, und du siehst es auch da an diesen blauen Linien hier, dieser Saturn macht auch Sextil, also bildet ein Sextil und zwar zu Sonne, zu Mond, zu Merkur, zu Jupiter. Und er bildet ein Quintil zum Mars. Also enorm eine Saturn-Einstrahlung, Saturn-Einwirkung haben wir an dieser Zeit. Und Saturn in Fische heißt natürlich innere Klarheit. Also Saturn in Fische, die innere Klarheit, Regeln, Struktur, Nüchternheit. Und in diesem Einfluss, in diesem Einfluss auf den Mond, der hat dann noch mehr drauf, der Mond, ja. Aber auf dem Einfluss Mond heißt das einfach, werde dir deiner Gefühle einfach bewusst und sortiere da vielleicht einmal aus, was du nicht brauchst. Und dieses Aussortieren kommt, wenn auch gewaltsamer, sage ich jetzt mal, oder wenn auch drängender, dringender über den Pluto, über das Pluto-Quadrat. Der Pluto, der ja rückläufig ist, der ja auch im Steinbock-Zeichen steht, also der will da natürlich auch Klarheit, Nüchternheit, Struktur und Regeln. Und der bewält eben auch den Mond hin. Das heißt, da geht es ganz stark um eine innere emotionale Klarheit. Gut geführt durch Saturn. Und wenn man das über Saturn schafft, wunderbar. Und sonst kommt halt über Pluto ein Druck rein. Das heißt, das ist eine Transformation, die dann oft womöglich auch, wo man nicht mehr anders kann, wo etwas heraus sprudelt aus einem, wo einfach Gefühle, vielleicht auch beziehungsmäßig, einfach nicht mehr so haltbar sind. Oder Dienstverhältnisse nicht haltbar sind, weil ich sage, ich möchte da nicht mehr sein, ich möchte da nicht mehr arbeiten. Also das wäre dann so dieser emotionale Druck, der dann nach Pluto auch erfüllt werden will. Und der strahlt auch so ein bisschen auf die Sonne hin. Also ich würde da wirklich schauen, diese Transformation, diese Nüchternheit ernst nehmen. Emotionale Nüchternheit und auch klare Handlungen setzen. Das heißt, klare Handlung heißt was? Lauf nicht wie ein, kopflos herum und in dieser Zeit such jetzt hunderte Geschenke, versuch das und das unter einen Hut zu bringen. Mach dir klare Pläne für die nächsten Tage, auch für Weihnachten. Abläufe, was passiert wann, was gehört wo gemacht. Sei einfach klar und hör jetzt auf, herumzuhudeln und hunderttausend Termine noch zu wälzen oder im Kopf so das Gefühl zu haben, oh Gott, die Welt geht und es gehört jetzt alles jetzt noch geregelt oder geklärt. Also bitte, da ist ein eindeutiger Aufruf zur Klarheit. Und wenn du dich mit Medialität, mit Spiritualität beschäftigst, ist das eine gute Zeit. Es ist eine gute Zeit, auch klare Visionen zu empfangen. Eine Vision würde ich jetzt einfach einmal so deuten, dass ich sage, okay, aus meinem Inneren, aus meiner Wirklichkeit bekomme ich ein Bild, was für mich passend ist oder was ich vielleicht ändern möchte oder ändern werde in nächster Zeit. Also das ist eine sehr, sehr gute, sehr kraftvolle Zeit auf dieser Grenze jetzt so zwischen Schütze und Steinbock bei dieser Wintersonnenwende natürlich, ist astrologisch extrem gut bestrahlt. Also Klarheit, Nüchternheit. Wenn man allerdings ein bisschen chaotisch ist, kann das auch natürlich die volle Stressgeschichte werden. Was natürlich überschwänglich macht, ist der Jupiter auf dem Mond. Also da haben wir schon eine Konstellation, das ist natürlich dann schon viel überwältigend, das ist viel Freude, das kann natürlich auch mit der Zeit zusammenhängen, Familie, viel Gefühle, aber auch positive Sachen, also auch positive Erlebnisse durchaus eben sind da möglich. Der Jupiter hat auch ein Trigon zu Merkur und der Merkur ist ja momentan noch rückläufig in der Sonne mit einer Konjunktion zusammen und Merkur rückläufig heißt einfach, Konzentration tut man sich vielleicht nicht so leicht. Aufpassen einfach beim Bedienen von Maschinen, aufpassen einfach auch bei, ich würde auch sagen so ein bisschen bei sportlicher Aktivität, also da einfach schauen, sich nicht zu verletzen, nicht eben wieder zu hudeln, zu viel auf einmal zu wollen, das ist einfach da jetzt ganz, ganz wichtig und ganz, ganz wesentlich, dass du da ein bisschen mehr runterkommst und ruhiger wirst, weil das ist halt schon ein sehr aufgeladener Merkur. Im Positiven ist das natürlich auch eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, vielleicht tun sich irgendwelche Geschäftsideen auf, also da wären wir wieder bei der Vision, das ist zwar jetzt noch blockiert durch den rückläufigen Merkur, aber es wäre auch so eine Zeit, wo ich sage, okay, zum Thema nach vorne schauen, habe ich geschäftlich irgendeine Idee, was möchte ich denn geschäftlich umsetzen, mit welchen Leuten möchte ich denn womöglich zusammenarbeiten oder möchte ich denn arbeiten, in welchem Umfeld möchte ich denn arbeiten und das wäre da eine gute Zeit, sich auch auf diese berufliche Geschichte zu konzentrieren. Also wir haben auf der einen Seite dieses Mediale, was da ganz gut da wäre, Spirituelle, Intuitive, aber auch natürlich das ganz Konkrete, mein Handeln. Also das ist da auch auf jeden Fall sehr gut bestrahlt. Wir haben auch immer wieder, also bei der Venus momentan, also die Venus ist ja im Skorpion zur Zeit und da haben wir noch die Opposition zu Uranus und das ist eine Spannung. Also das sind auch eben plötzlich, noch einmal, plötzlich auftauchende Gefühle. Da kann es auf einmal auch, ein Flirt, eine Romantik kann sich da auftun. Das kann auch sein, dass da Gefühle sehr schnell sehr hochkochen und dann wieder weg sind. Also das ist so ein bisschen so ein Spannungsaspekt. Das kann aber auch sein, dass man eben wirklich auf neue Ideen kommt, auf neue Inspirationen hingeworfen wird. Dass man wirklich sagt, okay, ich entdecke jetzt vielleicht einen Teil, der mir schon mal wichtig war, der schon lange vielleicht geschlummert hat. Vielleicht wie ein Hobby oder wie ein Buch, wo ich sage, das will ich eigentlich schon lange einmal konsumieren oder mir zuführen. Und dann kommt das auf einmal. Also das ist so ein Umschwung, da kann es eben auch sein, dass da recht schnell was Neues reinkommt. Also nicht nur auf der romantischen Ebene der Venus, sondern auch neue Gedanken, ein neues Gedankengut in einer überraschenden positiven Form. Das ist natürlich mit Uranus im Stier, das könnte auch sein, dass man sich auseinandersetzt noch einmal mit seinem Wertesystem. Das ist ganz klar diese Werteachse, also zwischen Stier und Skorpion, dort wo jetzt quasi Uranus und Venus stehen in diesem Horoskop, das ist so die Werteachse. Und da geht es auch noch einmal darum, vielleicht auch neue Werte zu schaffen. Was ist denn wirklich wertvoll nächstes Jahr für mich? Wo kommt denn wirklich mein Wert her? Wo generiere ich meinen Eigenwert? Wie kann ich meinen Eigenwert denn schaffen? Also das sind so die Themen, mit denen man sich da sehr, sehr gut beschäftigen kann. Zu dieser Wintersonnenwende ist astrologisch extrem gut bestrahlt. Also nicht nur so dieser Flirt, das Überraschende, sondern auch vor allem mit dem Wert auseinandersetzen. Die Venus selber hat ja dann noch ein Trigon zu Neptun und das macht uns auch noch einmal offener für das Spirituelle. Also da würde ich wirklich noch einmal sagen, Neptun ist ja noch einmal so dieses Weichmachen, dieses Öffnen, also so dieses spirituelle, also eine spirituelle Komponente, auch ein bisschen eine träumerische, also es kann auch der Liebestraum sein. Aber mit dem Trigon ist das was Positives. Das heißt, ich kann mich gut in eine Vision einfühlen. Also ich kann wirklich gut Visionsarbeit machen. Wenn ich mir jetzt einen Weg vorstelle, ich sage dann nachher noch eine Übung dazu, aber da kann man recht gut reinfallen bei diesen Konstellationen. Ja, und der Neptun macht noch ein Quadrat zur Sonne. Das heißt, der bremst jetzt noch ein bisschen, rät vielleicht ein bisschen noch, oder man hat vielleicht so jetzt nicht ganz die Energie, um Dinge alle gleich umzusetzen, wie man sich es vorstellt. Das ist ein bisschen so ein Bremseraspekt, kann auch so ein bisschen Unklarheit sein, aber da haben wir ja den Saturn dann wieder drauf, der uns da ein bisschen so einen Gegenpolpunkt baut, dass wir da jetzt nicht in die Verlegenheit kommen, einfach da herumzuschlumpfen, sage ich mal. Also das wären so mal so die wichtigsten Punkte, die mir einfallen. Wir haben noch Jupiter, Mars, ein anderthalb Quadrat, und das ist bei Jupiter, Mars, das ist natürlich dann schon wieder diese Übertreibung, zu viel, zu schnell, zu hoch und das alles im Schützen. Und dann, da würde ich einfach einmal sagen, ja, überleg dir, was du wirklich brauchst, was du kaufen möchtest oder was du schenken möchtest und lass mal die Kirche im Dorf. Also für dich persönlich eben nicht zu übertreiben. Also so würde ich das jetzt einfach mal deuten. Und wie gesagt, das ist so ein bisschen Stress auch. Also da könnte ich mir auch vorstellen, dass da noch einmal der Stress einfach symbolisiert wird dadurch. Aber wir haben eben diese super Dinge für Visionsarbeit, eine super, super Konstellation für deine Vision, wo du dich heute, morgen, so die nächsten Tage einfach beschäftigen kannst. Wenn du das Video siehst und gilt jetzt für den 22. Dezember, da haben wir die Konstellationen ganz klar da, aber die Energie fließt ja noch ein bisschen weiter. Natürlich verändert sie sich, aber diese Grundenergie ist ja noch da. Also das heißt, ich denke, bis Ende des Jahres kann man da ganz gut damit arbeiten. Und es geht wirklich um die individuelle Vision. Das heißt, mach dir keine Gedanken, was im Außen politisch passiert, was für Unruhen sind, was für Umwälzungen sind, was vielleicht für Strategien oder Pläne im Außen herrschen, sondern mach dir einfach ganz klar bewusst, es geht um dich als Individuum und um deinen Weg, um deine Vision, um deine Klarheit. Und dazu lädt meines Erachtens nach gerade diese Wintersonnenwende ein. Das passt einfach super. Und so ähnlich wie, wenn eine Kerze in der Nacht angezündet wird, wenn der Christbaum leuchtet, wenn der Weihnachtsbaum leuchtet, dann sieht es mal wirklich, wie so ein inneres Licht auch was aufgeht. Und jetzt gebe ich dir noch einen Tipp einfach für Visionsarbeiten, was ich gerne mache. Ich stelle mir einfach so gerne mal die Zukunft als Straße vor. Und das sind dann ganz unterschiedliche Straßen. Ich kann mir die Straße zum Beispiel, meine finanzielle Straße vorstellen, meine geschäftliche Straße vorstellen oder Weg, was auch immer du da möchtest, meine emotionale Straße, meine partnerschaftliche Straße. Also da stelle ich mir verschiedene Wege vor und schaue einfach mal, wie fühlt sich denn das an, sehe ich das klar vor mir. Und wenn ich das Gefühl habe, Moment, da ist jetzt was noch unsicher, unklar. Und du kannst dir vorstellen, die Straße steht für Distanz ein Jahr. Da ist etwas unklar, da ist etwas nebelig, da ist etwas holprig, da fühlt sich was nicht gut an. Dann schaue ich einfach, dass ich da wirklich diese Straße möglichst gut beleuchte. Und das kann man sich wirklich vorstellen. Da stellt man eine Straßenbeleuchtung auf, da gibt man vielleicht Klarheit rein, da gibt man vielleicht eine Straßenreinigung rein, vielleicht eine Sanierungsfirma, die die Straße neu ebnet oder den Weg ebnet oder dass irgendwelcher Schotter da weggebaut wird oder welche Schlaglöcher eventuell gefüllt werden. Und dann schaue ich, dass das einfach eine schöne Straße ist, die sich auch gut anfühlt. Und ich kann dieser Straße natürlich dann auch jede Farbe geben. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, okay, meine Straße der Zufriedenheit, des Lebensglücks, meiner Lebenszufriedenheit oder meiner Leichtigkeit, ist vielleicht dann orange oder gelb, hat irgendeine strahlende Straße. Das wäre so wie ein Sonnenweg zum Beispiel. Also da kann man wirklich sehr gut arbeiten und einfach dann so ein bisschen eben so diese Visionen machen. Und wichtig ist einfach auch zu wissen, wenn ich jetzt sage Vision und du hast das Gefühl, du steckst irgendwo fest und denkst dir, wann kommt denn jetzt endlich der Engel mit der Posaune und gibt mir die Erleuchtung und sagt dann, dahin wende deine Wege, das wäre toll. Also diese Führung von außen. Jede Führung von außen. Und da nehme ich auch meine Videos mit. Und da nehme ich jedes Video, das dir etwas erzählt, ist am Ende des Tages eine gewisse Verführung. Und egal wie gut oder klar oder sonst eine Beratung sein mag, das ist eine Verführung und führt dich ein bisschen von deinem inneren Licht weg. Und heute sage ich eben, folge mir zu dir selber. Um Osho zu zitieren, da gibt es ein Buch, folge mir zu dir. Und das bedeutet einfach, komm in deine Kraft, komm in dein Licht zurück. Lass dein Licht scheinen. Und das ist einfach jetzt astrologisch eine super, super Zeit, um deine eigenen Bilder, deine eigenen Visionen zu bekommen. Und eben nicht darauf zu warten, was ist denn jetzt für mich bedeutsam? Was kommt denn da alles auf mich zu? Sondern, dass du sagst, okay, so schaut es für mich aus. So habe ich mich auf der Ebene beschäftigt. Keine Ahnung. Im Thema Fitness, Sport, wie sehr habe ich mich beschäftigt? Wie wichtig ist mir das? Schaue ich mir so eine Straße an? Lebensglück, Lebensfreude, Lebensenergie. Wird immer übersehen. Zufriedenheit wäre so eine Straße, die man sich anschauen kann. Und an der man arbeiten kann. Wo man dann wirklich sagt, okay, da ebene ich den Weg in diese Visionsarbeit. Also das sind einfach so ein paar Impulse, die ich dir da geben kann. Und ich werde jetzt auch demnächst dann online auch so Kurse bereitstellen, wo du selber mit dir arbeiten kannst. Auf jeden Fall wünsche ich dir eine grandiose Wintersonnenwende. Und vielleicht hast du wirklich Zeit, in diesem ganzen Chaos ein bisschen runterzukommen, ein bisschen abzuschalten, ein bisschen mehr bei dir zu sein und eben mit deiner Energie wirklich zu arbeiten. Und ja, das wäre es mal zur Wintersonnenwende 2023, 22. Dezember findet die Stadt. Und ich wünsche dir eine gute Zeit, alles Gute. Und falls wir uns nicht mehr sehen oder hören, natürlich eine wundervolle Weihnachtszeit und schöne Feiertage. Aus dem wunderschönen Linz. Bis nächstes Mal. Dein Oliver Ereigny. Tschüss. 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 Tschüss.